Willkommen zu einem neuen RideCheck von mir, Simi Ray. Ja, auch wenn Halloween eigentlich schon vorbei ist, wollte ich diesem Thema nochmal mit diesem RideCheck ein wenig treu bleiben. Heute habe ich mir mal einen Launch Coaster wieder rausgesucht mit dem Namen The Web. Habe ich hier auch einmal ganz groß schon stehen lassen. Habe es auch schon mal diesmal alles fertig aufgebaut. Also Wege und sowas sind alles gesetzt. So sieht das Ganze aus. Ist ein wie gesagt Launch Coaster. Wer sich erinnern kann, zum 25. Geburtstag von Frontier gab es mal ein extra Coaster für das Spiel Planet Coaster. Und das war das F-25. Wird mit Reihbrädern halt angetrieben und auf Speed gebracht. Diesen Coaster hat gebaut D-Decks. Und er hat auch ganz kurz beschrieben worum es geht. Habt ihr Angst vor Spinnen? Kein Problem. Der Coaster ist schnell genug. Ja, also alles ein bisschen da oben sehen wir sie schon fahren. Ein bisschen gruselig vielleicht. Hier ist der Eingang. Können wir einmal reinschauen. Alles ein bisschen mit dem Spooky Theme hier so ein bisschen thematisiert. Hier gehen wir einmal komplett durch die ganze Anlage durch. Und können den Coaster beobachten wie er hier so eine Bahn zieht. So als Besucher. Spinnen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die sind hier überall verteilt. Hier gibt es sogar selbst gebaute da düster vorbei. Hier ist die Schlussbremse. Dann hier einmal rein. Fledermäuse spinnen. Alles da. Und dann können wir uns glaube ich auch schon reinsetzen. Dann sind wir schon hier im Stationsgebäude. Da bin ich einmal gespannt wie das im Dunkeln aussieht. Hier ist alles schön zugebaut. So und den setzen wir uns einfach mal rein. Also der hat auch relativ ja richtig gute Bewertungen. Gucken wir uns nachher auch mal an. Jo. Da geht es nachher raus. So und damit es nicht allzu lange dauert. Jetzt drücke ich mal ein bisschen auf die Tube. Damit wir auch gleich losfahren können. So los geht's. Oh hier wird mit der Zeitmaschine gearbeitet. Das ist schön. Also fahren wir tatsächlich einmal hier komplett schon im Dunkeln durch. Und los geht die wilde Fahrt. Was? Oh hier. Getimte Türn. Das war ganz schön zackig. Hier weiß man erstmal gar nicht wo man überall ist, so viel Geschwindigkeit ist man hier drauf. Und immer wieder durchs Gebäude oder durch die Gebäude. Oh und dann sind wir auch schon durch. Und sie fürchten sich immer noch. Auch nicht schlecht. Jetzt können wir uns mal hier die Station noch mal so ein bisschen von innen anschauen. Das Stück das wir eben nicht fahren konnten, weil wir schon anhalten mussten. Jetzt dürfte der Zug gleich reinkommen. Ich glaube wir fahren das ganze nochmal. Ach ne, wenn eine Zeitmaschine da ist, können wir es ja gar nicht im hellen fahren. Kann ich die vielleicht ausschalten. Gut, hier sind wir erstmal bei der Statistik. Alles durchweg positiv. Dauer 94, Streckenlänge 808. Ich drücke mal kurz auf Pause. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Zeitmaschine hängt, könnte ich die ausschalten und wir könnten mal im hellen fahren. Aber die jetzt zu finden, weiß ich nicht. Wir machen es anders. Wir gucken einfach mal der Bahn so ein wenig beim Fahren zu. Ne, von außen bitte. Ne, ist auch nicht gut. Wir müssen das mal so verfolgen. Einfach um zu sehen, wo es tatsächlich lang geht. Das ging teilweise so schnell. Hier oben. Ach, das war so ein Korb. Okay. Das war eine Cobra Roll. Genau. Das sieht auch aus, als wenn hier eigene Stützen gebaut wurden. Hier war der Abschuss. Dann ging es einmal hier nach unten in den Looping hier oben lang mit einer Inversion. Hier hoch. Ist alles ein bisschen schräg angebracht. Also von den Spinnen habe ich bei der Fahrt ehrlich gesagt nicht allzu viel mitbekommen. Dafür waren wir tatsächlich viel zu schnell. Aber so ist es doch relativ kompakt. Dafür, dass wir hier doch ab und zu durch dieses Gebäude durchgefahren sind. Genau. Ist die da? Ne. Ne. Das ist nur Licht. Beleuchtung. Achso. Da sind wir einmal über die Station drüber gefahren. Okay. Ja. Wir können... Ich kann ja trotzdem nochmal hier so ein bisschen auf dunkel schalten. Um einfach den, ähm... Coaster beim Fahren, beim Dunkeln ein bisschen zuzusehen. Ja. Sieht von hier auch richtig gut aus. Schöne Beleuchtung. Cooler Coaster. Auch mal wieder eine andere Art von Coaster, den man so auch nicht sehr häufig sieht. Ich habe ihn jetzt endlich auch mal in meinem Park eingebaut. Und, äh... Muss sagen, macht sehr viel Spaß mit dem zu fahren. Die Beschleunigung ist richtig gut, auch wenn es eigentlich nur Reibräder sind, aber... Macht richtig Laune. Ja. So, gleich dürfte er hier reinballern. Das ist gut gemacht, ja. Ja. Also... Der, ähm... Spooky-Anteil ist doch recht hoch, was man alles so momentan jetzt findet. Ähm... Wer nochmal so etwas haben möchte, auch diese Art von Coaster haben möchte, der ist hiermit sehr gut bedient. Auch hierfür gibt es wieder 4 von 5 Sternen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn beim nächsten Video wieder dabei seid. Ähm... Vorschläge bitte gerne in die Kommentare. Und, äh... Wäre schön, wenn ihr die ganzen anderen Funktionen von Youtube so mal benutzt. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao. Hau. 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 Hau.